Hallo liebe FCM-Fans, mein Name ist Lukas Schuler, ich bin Mittelstürmer und komme von Schalke 04. Ich trage in Zukunft die Nummer 26 und ich kann es kaum erwarten, dass der Ball wieder rollt und freue mich auf eine erfolgreiche Zeit mit euch Fans im Rücken zusammen. Viele Grüße und bis bald.